Hallo Kinder Level Eiskalt Ähm Aha, hey wir haben Megaman Musik Oh wir haben sogar einen Megaman Gegner Okay zwei Megaman Gegner eigentlich Was? Ach das Ding soll ein Geist sein Na toll Das Ding ist auch ein Megaman Gegner Ja man darf nicht auf Bullet Build springen Okay es ist ja wieder so ein ungesprighteter Scheiß Aber Im Prinzip darf man gar nichts Also Gegner sind böse Also klar Gegner sind echt böse Aber Gegner sind so böse Dass ich den gar nichts mehr darf In diesem lustigen Schiff Das ist ein Megaman Gegner Das ist auch ein Megaman Gegner Das ist ein bisschen irritierend Dass dieser Sand hinter mir ist Ich dachte erstmal Hier ist echt Sand Okay Also das Ding ist ein Geist Ungesprightet Der Kommt immer auf mich zu Wenn ich mich wegdrehe Darauf muss man erstmal kommen Dass man den nicht töten kann Ähm Warte mal Das sieht aus Als könnte man da oben Durch Nö Tatsächlich nicht Okay Dann sammle ich mal die Münze Es ist wichtig übrigens Wenn man Gegner Mit einer Vollblume abschießt Die Münzen zu sammeln Sonst bauen die wieder neu Krasse Sache Oder nicht Äh Hä Ach ich brauch das um hier rauszukommen Okay Na dann renne ich mal Guck mal wie viel ich damit erreichen kann Ob hier irgendwas Ah ja Hier schaltet sich echt was tolles bei frei Ein Leben War's das? Kann ich da runterfallen? Nö Also Ich kann da runterfallen Aber Das ist nicht gut Jetzt nehme ich mir den Um das durchzubrechen Auch wenn ich eigentlich theoretisch auch so da hochkomme Hä Okay da ist das Herz Okay wir wissen Ich krieg's ja eh nicht Aber Ähm Oh man das ist jetzt schwer Nein nein Äh Spreng Okay Einmal draufgesprungen Komm mal her Der muss das hier nämlich durchbrechen Ja hier Genau Achso und dann brauch ich noch eine Vollblume Ja okay wisst ihr was Ich lass es einfach Wir wissen ja eh Dass ich kein Herz mehr bekomme Dann hab ich gezeigt Wie man's machen soll Ungefähr Wie ist das Ne Resetor Ich will Es ist echt eine Moment Es muss doch irgendwo lang gehen Warte wenn ich's zurückspule vielleicht In diese Geschmeidige Röhre hier Ja okay Gut Nein Shit Ach warte Das ist ja gar kein Boden Äh ist das irritierend Das hellere ist nur ein Hintergrund Darauf muss ich auch erstmal kommen Äh okay Jetzt haben wir Feuerzeug Also nicht Feuerzeug Aber Feuerzeug Ah eine Schöne Feder Aber ich komm kaum ran Und dann verliere ich die sowieso Es ist so eng Und so viele Gegner auf einmal Boah okay okay Alles cool man Boah Fürchterlich So viele Gegner auf einmal Moment mal Der eine Typ steht mir die ganze Zeit im Weg Ist das ein echter Nö Da darf man auch nicht drauf springen Also Spinjumpen Darf man noch überleben Gerade so Gnädigerweise Okay ich glaub so musste ich das machen Und die Mitte erreicht Spuck Feuer Okay dann nicht Yeah Upsi ich bin tot Nein das wollte ich Hä wo bin ich denn Ach ich fang mal irgendwo draußen an Und sogar mit so einem Teil Okay Nett Sehr nett Ich mein jetzt hab ich eine Feder Dafür dass ich gestorben bin Und volles Leben Das waren ja die beste Entscheidungen Die ich je getroffen habe Und ich will sogar die Feuerblume nicht haben Weil ich nur einen Ersatzpilz hab Ja Es kommt echt mal vor Dass man den Äh bevorzugt Unfassbar oder Gut Ist übrigens ein cooler Hintergrund Ah Okay Kann ich die damit Ne darf ich nicht Ah man Ist die Feuerblumen Nein die ist auch weg Ach man Es ist so schlecht Okay rein Und dann denke ich Oh Okay wir sind jetzt unter Wasser unterwegs Ich mogel mich mal durch Aber es bringt mir leider gar nichts Okay der lustige Roboterkreis Ist da So reicht das langsam Okay schnell weg Boah Okay grad Nein Dann denkt man ja Ja ich hab's geschafft Und dann knallt man irgendwie Auf die Stacheln Wow Diesmal darf man nicht wirklich Münzen gönnen Ich nehme mir mal den jetzt mit Ach man Wieder Stacheln Okay Oh shit Der Typ Na Ich gehe einfach So Ah fuck Okay rein 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 Das war fürchterlich Ach ich bin im Ziel Ich hab vorgespult Hoppala Okay Okay da ist die Pyramide Ich dachte hier würden noch Zwischenlevel sein Ich meine guckt euch das oben an Das sind drei Levels Und hier ist das einfach nur Ein langer Durchgang Was soll's Wir machen hier oben weiter Im Glass Jungle Ein scrollendes Ein scrollendes Megaman 3 Level Irgendwie Also hier wie heißer Typ Ähm Den den ich eigentlich immer zuerst mache Wo man diese Drehfähigkeit bekommt Ich weiß wer das ist Es war Spinman Ich hab keine Ahnung Das Megaman 3 Die Musik Und Na gut Den Trond nicht Den Trond ist aus Mario Brothers 2 Aber hier Die Sagen zum Boden Der ganze Spaß Ist auch aus dem Level Ja man kann sagen Luigi and The Island of Mystery Ist voll das Megaman Game So weit würde ich schon gehen Was blödes Ich bin klein Hab keine Herzen mehr Das ist ein Problem Okay jetzt bin ich hier drauf Normalerweise müsste ich mich Darauf selbst auch nochmal drehen Weil das Ding sich ja dreht Bei Megaman Da ist es so gewesen Also Wieso hat der es nicht übernommen Schlecht Schlecht Oh Oh Natürlich trifft er mich Nö ich will das jetzt nicht Mal von vorne machen Ach da Okay Leider kriege ich kein Herz davon Sondern nur die coole Fähigkeit Das heißt Ein Treffer einstecken Und ich bin trotzdem erledigt Okay Der Typ baut mir gerade Eine Leiter zusammen Das ist nett Nur dann schnell Dahin wo es sicher ist Hier ist es auch sicher Hier ist es sicher Ich nehme die mal Oder ich nehme das Oder ich nehme doch das Nein ich nehme das andere Okay warte Ich habe noch keine Zeit Oder nehme ich doch nicht das andere Ja Ach ich konnte es töten Ich freue mich gerade Oh man Habt ihr den Typen gesehen Der auf einmal vom Nix Aus dem Boden da kommt Das war fies Das war nicht nett Ja man muss irgendwie die Zeit Überbrücken In so einem Scrolling Level Und dann ist man auch zu blöd Und springt noch in den Abgrund rein Mann Wieso Kann das kein Level sein Wo ich laufen kann Wie ein normaler Noch eine Feuerblume Jetzt geht mir sogar die Zeit aus Ich hätte schneller sein müssen Ich habe sogar alle Yoshi Münzen Was Was ist denn hier wieder passiert Das will ich gar nicht mal Okay Wow Stacheln Aber dafür auch Ziel Okay Schloss Nein wir machen ja vorher noch Den Flametempel Oh es ist Heatman Stage Und wir sterben erstmal Damit Ich Ganz cool damit anfangen kann So ich würde natürlich auch gerne Mein Power Up behalten Ach hier regnet Das Gegner Das ist nicht nett Okay das Power Up ist weg Okay das Power Up ist doppelt weg Wow Was habe ich denn da wieder angestellt Ja Heatman Nein Ey man Wie soll man da ausreichen Das ist so schrecklich Dann noch so fliegende Super Duper Super Coopers Moment Das ist sogar das Level Also nicht im Stil Sondern Das Level selbst Nachgebaut Okay hier glaube ich Nicht mehr so Ne das ist jetzt wieder was eigenes So eine Eigenkreaktion glaube ich Aber ich habe mich schon gewundert Wow Endlich durfte ich ein einziges Mal ausweichen Da ist nix Oh Wie komme ich denn hier am besten hoch Okay so schon mal nicht Einfach Drüber und durch Und Augen zu Und Ziel Okay im Vergleich zu vorher War das echt ein kurzes Level Ich habe das Bonus Game erreicht Ich glaube das habe ich noch gar nicht in diesem Let's Play Einfach nur weil ich nie Bock darauf hatte Jetzt mache ich es einmal Okay Das gibt mir vier, fünf Leben Ich habe gar nicht aufgepasst Okay wir gehen jetzt ins Diabolische Castle Es ist Vom Teufel besessen Und sieht genau aus wie das andere auch Und hat wieder Megaman Musik Ist das ein Boden hier? Ja Gut zu wissen Okay wie soll ich da hin ohne mich von Nein Dann gehe ich aufs Trampolin drauf Anstatt daneben Okay ganz langsam Und natürlich haben wir auch hier wieder Megaman Musik Selbstklärend Äh die Musik Mittlerweile ist das auch gar nicht mehr anders Ist euch das mal aufgefallen? Wir haben nur noch Megaman auf einmal Am Anfang war das so ein gemischter Spaß Zwischen allen Spielen auf der Welt Jetzt so ist Megaman Ausschließlich Aber gut Ich sage dagegen mal gar nichts Ich finde das Ich kann mich damit abfilmen Weil ich die Musik super finde Jetzt brauche ich einen P-Switch Oder Ne so einen Switch Genau Aber ich muss auch wieder da hoch Moment Ja dann brauche ich noch Einen Trampolin oder sowas Ich wünsche ich hätte den im Block drin gelassen Aber ich glaube der bleibt hier Wenn ich ihn da lasse Oh fuck Oh 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 Das ist gemein Okay dann muss ich echt irgendwie Einen Trampolin dann den Weg wieder zurück Oder wie? Das geht doch noch nicht Na was soll es dann Gehen wir halt ohne das Teil Boah Boah dann haut der mich da rein Das ist unfassbar Okay der Die Typen sind jetzt so gesehen Mal im Boden Aber jetzt habe ich es auch wieder Überstanden Nein Nö Nix Jetzt bin ich hier Ich bin wieder hier Nein Ich muss mit diesem Teil da durch Ah Ich muss mit dem ganzen scheiß Dreckswitch Den ganzen Weg da entlang laufen Damit ich da wieder hochkomme Ne Ich probiere es mal anders Ich weiß nicht wie Ich will so da hoch Damit ich den noch hab Oh man Ist es so schlecht Wisst ihr was Ich hab keine Lust darauf Ich mach das nicht Ihr habt gesehen wie man es machen muss Das reicht doch einem schon Ich geh jetzt einfach Ich geh jetzt Wo zur Hölle bin ich hier Oder ist es Welt 3 Ähm Da geh ich hin Tu mir jetzt ein Flugpower ab Und Ja Das war es dann auch schon Achja man muss ja raus laufen So und dann mache ich das Level Und fliege mir einfach den Weg da hoch Mann ich verlaufe mich hier die ganze Zeit Ich glaube ich muss in diese Röhre Okay dann hier lang Dann hier lang Nein Da lang Da lang Okay es sieht schon mal ganz gut aus Hier der Weg wo ich bin Dann da Und dann hier haben wir es So Jetzt Behalte ich einfach das Flugpower ab Und fliege mir einfach meinen Weg da hoch Das Wichtige ist nur Dass ich das Zumindest bis dahin behalte Nicht so wie ich es jetzt gerade gemacht habe Nicht so wie jetzt Nicht so Mann Jetzt muss ich ja das ganze Läufe von vorne starten Das ist so kacke Okay ganz normal durch Ohne getroffen zu werden Wieso springt der denn Das ist unfassbar Ich meine da versucht man es sich einmal leichter zu machen Und dabei ist es viel schwieriger Und komplexer und schlimmer Und alles was negativ ist Okay wie kriege ich hier Anlauf Das ist natürlich die Frage Hätte ich mal lieber wenigstens Das Trampoli mitgenommen Ich glaube hier erreiche ich nämlich keinen Anlauf Weil Diese Blöcke mir eigentlich alles vermiesen Ach man Ach man Dann spulen wir wieder zurück Und fangen das einfach von vorne an Und diesmal nehme ich mir einfach das Trampoli mit So und von da aus fliege ich dann hier hoch Und an der anderen Stelle benutze ich es Also genau Also rein theoretisch dürfte ich das Tierhaus auch wieder verlieren Aber das will man ja nicht Gut dann warte ich mal auf eine gute Gelegenheit So Ja so kann man das Level auch lösen In einer Paralleldimension Oh Hier kriege ich sogar gleich ein zweites davon Das hätte ich mal vorher gebaut Was ist das denn? Steine? Ah ok So viel wie möglich schaffen In kurzer Zeit Schnell da durch Ok jetzt muss ich wieder warten Dann hier lang Dann hier drauf Und dann Boah Ich habe gerade noch so einen Boden erreicht Wow ok Ich stehe schon halb in der Lara drin Aber Was? Wie soll man das denn schaffen Ohne einen Treffer zu passieren? Gut dann hier rein Dann hier warten Dann hier drauf Und weiter Dann warten Wow Ok Das hätte eng werden können Ach warte Nein Gelegenheit verpasst Hier So muss ich das machen Dann hier Ja es hat sehr viel mit warten Und so zu tun So zum Glück Kann man sowas eigentlich Ganz gut vorspulen Okay Mitte erreicht Und ich kriege gleich Noch eins Davon spendiert Na gut Wir rennen mal Ähm Warte mal Mache ich das am besten So und dann Boah Okay Da hoch Nein Ich glaube da ging es noch weiter runter Oder Egal Ich gehe jetzt hier lang Äh Ich brauche wieder mal Ein Switch Oder sowas Was haben wir da Ah da ist er Das heißt ich muss Ein Raum Damit überstehen Mit Magic Coopers Oh ja Ganz recht Was Der hat einen Stein Da hingebaut Okay Jetzt hat er Ein Cooper gebaut Wir bauen uns einen Durchgang Ich hätte fast den Switch Gedrückt Außer sehen Weil wenn ich schon Ein Item halte Und dann Auch mit der Laufgedrückt Taste Draufgehe Zählt das dann Nicht als Aufheben Weil ich ja schon Was trage Sondern einfach Als Ja du bist aufgeplumpst Jetzt hast du den Salat Okay Wo muss ich jetzt Mal lang damit Darunter oder Was Ich dachte Er verschwindet Oh Gott Habt ihr gesehen Wie er geblinkt hat Auf einmal Also dann Hier hoch Und da runter Und da müssen wir uns Glaube ich auch Ein bisschen beeilen Oder so Ach das kürzt Wir uns einfach ab Wow Alles klar Hä oder muss ich Da hoch Keine Ahnung Ne jetzt hab ich's Ganz versorgen Mal nochmal rückgängig Ich muss hier warten So Dann Da rein Und dann Kommt sogar noch mehr Oh Okay wir haben's Endlich mal zum Boss Geschafft Nach all den Jahren Okay warte Wie trickse ich mir das Wäre dass ich da Noch einen Pilz mehr Raushaue So 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 Okay Und dann verliere ich ihn Wieder Das ist Ich verliere Mein Powerpoint Ich verliere alles Auf der Welt Das ist furchtbar Egal Hauptsache der stirbt Okay er stirbt ja nicht Warte ich hab ihn nicht Getroffen am zweiten Mal Yeah Endlich geschafft Äh Okay Also so ein Teil Fliegt darauf Und Ähm Wir haben's Geschafft Oh jetzt hab ich gar nicht Den Text Ach egal Wisst ihr was Ich hab da auch gar Keine Lust drauf Ähm Airship Flieht Interessant Gut das machen wir beim nächsten Mal Weil Dann sind wir anscheinend schon fast am Ende Und das müssen wir Erstmal auf uns ergehen lassen Oder so ne Also gut bis dann